Ja, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt! Eine riesen Spinnenarmee! Nein, der Groove mein ich! Scheiße, ich seh nichts, ich bin blind! Ich bin blind! Oh Gott, ich flieg echt weit runter! Ich flieg schon! Gary! Help! Oh Gott, überall ist ne Brutmutter, ey! Oh, er fliegt mich an! Oh Gott! Ich bin betont, oder? Oh, okay, hat nur ein Viertel gemacht, Gary. Er ist jetzt langsam da und... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab gerade Rauch auf mich gemacht! MC Hammer pin fast ein! Jo, und somit ja, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK! Hallöchen! Ihr könnt es zwar gerade nicht sehen, aber die Gary schläft. Ja. Ja, sie schläft. Also, man sieht es halt nicht so genau, ähm, weil sie steht halt ein bisschen. Seht ihr jetzt? So, leg dich mal hin! So, die Gary schläft und bei mir sieht das halt dann so aus. Zack! Also, ich kann mich... Äh, lässt du mich? Ich schlafe! Kann ich was dafür, wenn du so fehlerhaft bist? Die Gary, muss man dazu sagen, sie ist seit der ersten Staffel schon fehlerhaft. Also, keine Ahnung. Ähm, ist halt so. Genau, passt mal auf! Die Gary hat etwas hergestellt. Es nennt sich eine Kamera. Passt mal auf! Und jetzt bin ich mal gespannt. Gary, ähm, stell dich mal neben Stego. Ich bin oben drauf. Hier, ich posiere. Okay, sie ist oben drauf. Ich posiere. So, pass auf! Und... Ja, winke! So, und jetzt? Weiß ich nicht! Was war das? Gary, noch ein Picture! Und noch eins! Perfekt! Perfekt! Oh, was für ne Pose! Nee, Spaß! Äh, Leute, was... Was kann man jetzt damit machen? Also, es passiert ja eigentlich... Fotograf, kann man... Kann das sein, dass das ein Screenshot ist? Ja, das wär's, ja. Weil oben stand ein Datum. Okay, Bumblebee will langsam abhauen. Ich hab dich im Auge, Kleine. Ja, ja, guck! Er kommt schon wieder zurück. Pass mal auf! Gary, steig mal auf! Sie wird wieder größer, wenn sie auf den Stego geht. Seht ihr das? Komm du mal hoch und steig mal ab, dann siehst du dann. Das sieht man im Vergleich besser. Ach du Scheiße! Komm mal! Hallo! Gary, warum bist du so klein geworden? Alter, geil! Aber so können wir ganz kurz mal ein Stego ausprobieren. Also, er ist, wie ihr es euch schon vorstellen könnt, langsamer. Du bist ein Titan! Ich bin Titan, ja? Eieiei! Ich bin Titan, bin ich. Ihr seht ja, wie langsam er geworden ist. Ist halt so. Manchmal passiert das einfach. Linksflick kann er ganz normal schlagen. Bumblebee kriegt schon langsam Angst. Nee, alles gut. So, rechtsflick kann sie nichts und C kann sie auch nichts. Mehr gibt es nichts. Mehr gibt es nichts. X kann sie auch nichts. Ja, Gary, lach nicht so. Nee, es ist ein Etwas. Das ist Bumblebee. Nein, ich meine hier und so. Ach so. Agenda ist es nichts. Also, Namen. Na, einer hat es geschrieben. Sonic. Tschüss. Nein, Gary. Ach ja, warte mal. Bleib mal drin. Bleib mal drin. Bleib mal drin. Warte mal ganz kurz. Okay, deine Füße gucken raus. Ist aber nicht so schlimm. So, warte mal. Linksflick. Ja. So, warte. Jetzt bleibt mal stehen. Bleib mal stehen. Nichts machen. Scheiße, es klappt nicht, Leute. Jemand hat geschrieben, ich soll mal versuchen, wenn die Gary drin sitzt. Guck, Gary, komm mal raus. Pass auf, guck mal, was man machen kann. Falls es umkippen sollte. Gehst du? Oh, shit. Bumblebee. Lebst du noch? Okay, er lebt noch. Er lebt immer noch. Du hast Stress gemacht. E gedrückt halt, ne? Ach, flip. Und dann kannst du auch flip. Oh, shit. Ja, aber man kann ja als Passenger einsteigen. Ja, guck, steig mal ein. Passenger. Geh mal, genau. Zack. Ja, geil. Ähm. Äh, ich hab gedacht, ich darf fahren. Fahr mal. Warte. Ja, mach du. Ich fahr mal. So, steig mal ein. Bist du jetzt wirklich drin? Ja, geil. Ach du Scheiße. Ja, Gary, ähm. Kann man ihn irgendwie leveln? Alter, guck mal, wie viel Energie der hat. Äh. 50 Millionen oder was? Alter, ja. Ne, 5 Millionen hat der. Ja. 5 Millionen. Damit könnten wir jetzt auch in den Redwood rein. Aber ich glaub, das ist zu gefährlich, oder? Und zu langsam. Und zu langsam. Okay. Also, die Gary hat was herausgefunden beim Pro-Ums-Dego. Namen wissen wir halt immer noch nicht. Man hätte ihn Speedy nennen können, Sonic und so weiter. Aber es passt halt nicht mehr. Es passt gar nicht mehr. Dead Level 800. Ich wollt grad sagen. Okay. Also, die Stats sind eigentlich ziemlich gut. Schaden. Naja. Gary hat einen Sattel extra so blau gemacht, damit es besser aussieht. Es sieht aber eher aus wie ein bisschen Violett. Ja, irgendwie schon. Jetzt wo du es sagst. Minimal. Es passt trotzdem. Es hast du gut gemacht. So. Und dann können wir ihn verwandeln. Entweder in einen Lightning-Stego oder in einen Feuer-Stego. Was meint ihr? Also, Gary wäre jetzt für ein Feuer-Stego. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen. Ich auch. Ja. Und dann können wir ja bei... Weiß nicht. Den Tri könnten wir zum Beispiel zum Lightning verwandeln. Ich weiß aber auch nicht, wie es dann aussieht. Ich denk mal, der wird knallrot. Ich weiß noch nicht mal, wie man dieses Flame-Zeug herstellt. Welches Flame-Zeug? Da... Du meinst dieses, äh, Lightning-Magic-Potion oder was? Ja, genau, dieses Potion. Das gibt es nicht. Light... Leute, wie stellt man das her? Wir haben keine Ahnung. Äh, irgendwie muss das ja her... Oder wir müssen welche killen. Das wär möglich. Das kann auch sein. Also, wir begeben uns jetzt in den Redwood. Denn es wird Zeit, dass wir ein Toxic-Dino kriegen. Und da wollen wir jetzt hin. So, du kriegst noch ein bisschen melee-Damage, Kleiner. Den take ich. Ja, musst du halt auch so... Ich warte auf dich. Such ruhig langsam aus. Also, ich bin der Meinung, dass irgendwo hier auf dieser Seite ein Toxic-T-Rex war. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ha! Nicht schreien! Aus! Ha! Er ist tot, er ist tot, Gary. Kannst du herkommen? Ja. Alles gut, alles gut. Er ist tot. Okay. Irgendwo hier war ein Toxic-T-Rex. Ach, Mist. Ich hab doch, äh, Destroy-White-Dinos schon gemacht. Ah, scheiße, stimmt. Ja, dann heißt es jetzt, wir müssen suchen. Ähm, Gary? Ja, bitte. Ich hab hier... Ich glaub, ich glaub, das ist ein... Warte, warte, ich hab noch nicht... Das ist ein Light-Griffin. Level 140. Ein Light-Griffin? Ja, kriegen wir nicht von... Oh Gott! Okay, ich dachte... Ah! Sein Strahl! Das war der Strahl von Griffin. Glaub ich jetzt ungefähr, dass es dich auch getroffen hat. Also, ich hab ein Kachin gehört. Der leuchtet hier. Es ist als ob ein gelbes Loch. Guck mal hier, Gary, du musst hierher kommen. Ich komm nach oben. Ah, da bist du, da bist du, da bist du gut. Was war da so rot? Ach so, das kommt von Griffin. Oh nein! Guck dir das an. Ja, aus Versehen. Guck mal hier, wenn du jetzt in den Wald guckst. Ich hab's gesehen. Du hast das schwarze Loch vernichtet. Also das gelbe Loch. Das schwarze Loch. Was hast du jetzt gefunden? Ey, cool. Du hast ein Skin. Ich hab ein Skin. Achso, Raptor, ja, Raptor, Raptor. Ich war grad so... Schade. Was hat der Golem jetzt eingesammelt? Okay, er hat jetzt nichts besonderes und ich hab auch nichts besonderes. Der sah aber geil aus. Und ich hab ihn getötet. Ja. Schäm dich. Der Gary, was machst du auf der Sache, ey? Warum komm ich denn nicht hoch? Ich muss jetzt den riesen Umweg nehmen. Gary, ähm, Prom-Skorpion. Prom-Skorpion. Genau, äh, fünf Meter voll. Mami! Hat der gerade geschossen? Gary, der schießt etwas. Der schießt Steine oder so. Der tut mir gar nichts. Bis er dich hat. Warte mal. Oh, Golem. Stillbleiben. Hä? Was ist mit dem? Warum ist er nicht mehr so krass wie vorher? Er ist doch voll langsam, ne? Ich weiß es nicht. Der macht irgendwie nichts. Ich greif ihn einmal an. Oh, oh. Ich hab ihn angegriffen. Ist er tot? Ne, er lebt noch. Äh, Jurassic... Du hast ihn getötet. Ich hab ihn getötet. What? Habt ihr irgendwas bekommen? Äh, ich guck gerade. Nö, gar nichts. Das ist ja seltsam. Okay, der hatte wohl nichts. Egal. Auf die Suche nach nem T-Rex. Okay, ich glaub wir sind hier ein bisschen falsch. Andere Seite. Scheiße, sie können doch was machen. Oh shit. Hi. Zwei Stück sind das. Hi Freunde. Hi. Wie geht's euch? Wann bist du noch gespannt? Ihr wollt Rocky jetzt wirklich böse machen? Pass auf, Pech gehabt. Nice, Rocky. Äh, lass ruhig, lass ruhig Rocky alles machen. Ey, dieser kleine Scheißer da, der hat mich eben angegriffen. Rocky blutet. Rocky hat sehr starke Blutungen. Sehr stark. Alter, warum ist hier so viel Nebel? Wo Nebel? Hier. Wo ich gerade stehe. Warte mal. Warte, jetzt ist weg. Okay. War das vielleicht... Was war hier? Ich weiß... Beehive. Guck mal wie viel... Ein was für ein Ding? Beehive. Guck wie viel. Beehive? Ja. Ein bisschen Honig, ne? Warum nicht? Okay, wir sind wieder in der Base, weil wir haben kein Toxic außer jetzt ein Diable gefunden, aber es reicht uns halt nicht. Und die Gary meinte, im Sumpfgebiet sind einige. Ja. Deswegen gehen wir da hin. Sie will auf MC Hammer gehen, aber da er so schnell ist, hat die Gary etwas hergestellt. Dino 25% Movement Speed Custom. Das bedeutet, dass er sichert, dass es decreased wird sozusagen. Ja. Dino make them slower. Okay, es macht ihn langsamer. So, flieg mal. Jo. Ja, es funktioniert. Geht doch, geht doch. Okay, jetzt kann man mit MC Hammer etwas anfangen. So Gary, komm her. Es geht los. Ab in Sumpfgebiet. Wir müssen halt noch ein bisschen laufen, aber ich denke mal, es wird nicht so lange dauern. Ich hoffe nicht. Das Problem ist, die kommt... Scheiße. Guck mal hier. Ist das hier schon Toxic? I can see. Ne, ist ein Primal. Und ich flieg schon wieder in die Gans. Ja, ich warte auf dich, warte auf dich. Wir gehen jetzt erstmal zum Sumpfgebiet. Leute, passt mal auf, was ich euch zeigen wollte. Rocky ist Bombe. Passt mal auf. Also. Gary. Was denn? Was ist das denn? Ich hab da unten auch gerade was gesehen. Ich stell mal kurz auf Passiv. Oh, das ist dieser Giga. Was für ein Giga? Den wir schon mal gesehen hatten. Dieser schwarze. Der war doch schon mal hier. Ja. Aber der leuchtet hinten. Das ist ein... Alter. Das ist ein Prom Chief. Der hat Level 2324. Geh mal hin. Lass dich mal angreifen. Ist klar, ich bin tot. Alter, der sieht voll geil aus. Der hat 168.000 Energie. Und Gary, der hat eine Turbanzeige. Der hat 66.000 schon. Aber 9.200.000... Okay, ich könnte mit ihm... Okay, mit einem Speer könnte ich auch nicht drauf gehen. Leute. Der hat Level 2324. Also... Wer sehen möchte, wie wir so ein Zehn... Ähm... Der schreibt es in den Kommentaren. Aber es wird halt übelst krass. Ich weiß halt nicht. So, und was ich euch zeigen wollte... Passt mal auf. Also, ich kann ja... Ähm... Anschwung nehmen. Mit Rocky. Und passt mal auf. Das Beste ist... Ich kann jetzt egal von welcher Höhe runterfliegen. Er kriegt 0 Fallschaden. Das wusste ich vor... Oh Gott. Ich flieg echt weit runter. Ich flieg schon. Gary! Hup! Oh, 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 oh! Da, 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 da! Was ist das denn, was ist das denn? Das ist dieser Celestial T-Rex. Sicher? Ja, ist einer! Level 112 hat er. Ähm... Das sind welche der stärksten, weißt du, ne? Okay, eine Million... Ähm... Wollen wir ihn? Sicher, dass du den... Wie viel... Wie viel Energie hast du? Also, mein Golem hat 5 Millionen. Ich habe 3 Millionen. Soll ich mich einmal hinten lassen? Boah, ich weiß nicht. Also, den anziehen Drecks, den schaffen wir auf jeden Fall. Das weiß ich nicht. Golem, lässt du das? Und ein Instant Kibble habe ich wieder. Ich habe auch Instant Kibble. Hast du bekommen gerade? Ja, ja, ja. Wie viel... Wie viel Millionen Leben hast du? 3 Millionen. Okay. Fast 4, aber... Soll ich versuchen? Ich kann ihn nicht mal... Du kannst... Oh, scheiße. So, warte, warte, warte! Berühr mich, Kleiner, berühr mich! Oh Gott! Berühr mich! Hä? Der gibt nur 24 ab. Was? Das ist einer der Sterbsten, die es gibt. Warte, er macht... Okay, ich stecke... Ich fliege in ihn. Der gibt nur 24 ab. Ich dachte, Celestials sind übelst stark. Hast du gegen Rocky keine... Wir können ihn nicht töten! Wir müssen den ja einmal töten, um so einen zu zählen. Wie? Wir müssen, glaube ich, Celestialsiecher töten, um Celestialsfood herzustellen, oder was das war. Sicher? Mhm. Kannst du mal kurz vorher nochmal schauen? Wir prüfen das ganz kurz nochmal, Leute. Celestials Kibble, ja. Nee, warte mal. Okay, Leute. Wir können ihn jetzt noch nicht zählen, weil ich das ganze Apex-Blut und so weiter aufgebraucht habe. Aber, falls ihr sehen wollt, also ich denke mal, dass wir den dann in der nächsten Folge eventuell packen können, dann schreibt es in den Kommentaren, denn Celestials T-Rex wäre schon nice. Gary kommt schnell weg hier. Er muss hier bleiben. Er muss hier bleiben. Der ist so hübsch. So, ich... Okay, er bleibt schon da. Er ist in Sicherheit. Er ist in Sicherheit. Ihm wird nichts passieren. Und jetzt holen wir uns einen Toxic-Dino. Wir lassen uns jetzt nicht ablenken. Wir brauchen irgendwas Toxisches. Dann könnten wir ihn damit auch down machen. Ja! So, let's go. Ähm, ist es hier tief? Also, bis hier kann ich noch gucken. Weil du weißt, ich kann nur nach unten. Ich... Ich kann nicht so wirklich nach oben. Hier geht's runter. Oh, scheiße. Nee, alles gut. Alles gut. Ach, easy. Ich bin mit meinem Golem hier. Guck mal, guck mal. Komm, flagrant. Hier ist ein Baryonyx. Der sieht... Gary, hier! Ist das ein Toxic-Griffin? Ja, der sieht aber sehr klein aus. Poison. Poison-Griffin. Ist der geschrumpft? Nee, der ist unter Wasser. 520.000 hat der. Äh, Turpur. Warte mal. Darf ich mal prüfen? Spinne kommt. Spinne kommt. Spinne kommt. Ähm... Nimmt der... Hinter dir viele Spinnen. Und ich glaube, er kommt, oder? Ja, kommt der, kommt der, kommt der, kommt der. Ja, 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 ja. Eine riesen Spinnenarmee. Nee, der Griffin mein' ich. Scheiße, scheiße. Ich seh' nichts. Ich bin blind. Scheiße, nein. War das jetzt der Griffin, oder wer war das? Der Griffin ist immer noch hinter dir. Ja, ja, ja. Gary, wir können uns die Griffin packen. Macht der Turpur? Äh, äh, gerade am, äh, Rocky nicht. Okay. Der macht null Turpur, aber ich seh' nichts. Gary, ist irgendwas vor mir? Ich seh' nichts. Ja, da sind ganz viele Kokodile. Herr! Und spinne, spinne, spinne. Okay, da ist die Spinne. Gary, du musst irgendwie was machen. Du hast MC Hammer. Mach dein Kostüm weg und dann, äh, ne? Hier, komm her. Der kann sogar unter Wasser. Hilf mir, Gary. Ich seh', der fliegt ja. Das Ding lässt mich nicht ab. Ähm, das Tür... Dieses Viech macht, macht mir die Sicht kaputt, Gary. Ich seh' nichts. Ja, und ich kann ihn nicht locken, weil du unter Wasser bist. Äh, ich muss kurz gucken. Ich kann nicht laufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mir macht er so viel Turpur. Bei mir funktioniert's nicht. Gary, äh, okay. Ja, was soll ich machen? Ich seh' nichts mehr. Ich seh' auch nichts, aber ich hab' über die Hälfte Turpur eintreffen und ich liege. Echt jetzt? Ja. Äh, ich, ich kann's gleich abbauen. Vier. Komm. Drei. Zwei. Eins. Siehst du das auch gerade, was ich hier sehe? Ich lebe hier. Was siehst du denn? Ich seh' gerade ne Lebensanzeige von einer Pflanze. Von einer Pflanze. Hinter dir bin ich. Herr Gary, warte mal. Ich kann nicht mehr laufen. What the fuck? What's going on? What's going on? Ah, ich kann wieder laufen. So, ich seh' dich nicht. Hier, ich flieg' hinter dir. Ach da. Okay, warte. Ich springe und... Hier ist eine Pflanze. Wie eine Pflanze. Da. Das hier? Das ist eine Pflanze. Guck mal. Kyrems little plant, friend. Ja. Leute, das ist wirklich eine Pflanze. Das ist ein Pflanzenboss. Ja. Vielleicht ist das ein einfacher Boss. Aber ich würd' mich nicht trauen. Es bewegt sich. Es bewegt sich. Es bewegt sich ja wirklich. Es hat also Beine. Nie, Gary, ähm, was wollen wir machen? Toxic Boy von, äh, Griffin eher, äh, äh, noch nicht, oder? Ich guck mal weiter eben hier oben. Vielleicht finden wir ja noch was anderes. Weil wir könnten ihn nach Hause locken. Wir könnten ihn nach Hause locken. Weißt du, was ich meine? Also, ich kann nichts machen, wenn er mich trifft. Ja, deswegen musst du immer vor ihm bleiben. You know? So, ich hab ihn jetzt hinter mir. Hey, Gary, warte mal. Ja? Was ist das hier? Was ist was? Hier ist auch nochmal ein Toxic Dings. Ein Poison Megaraptor. Was? Wo? Oh mein Gott, das sind diese komischen Viecher, wo wir, äh, einen von dem gekillt haben, den wir nicht zähmen konnten. Ah, ich weiß welche. Mit was musste man den nochmal zähmen? Ähm, ja. Der ist hier, der fliegt hier rum. Der fliegt? Ja, der, äh, der chillt sich hier hin, also. Wo bist du denn ungefähr? Ähm, in Richtung Wüste. Da ist so ein roter Spino im Wasser. Ich hab angegriffen. Okay. Der fliegt hier um einen Baum herum. Ein Baum? Er fliegt jetzt weiter? Du müsstest mich eigentlich sehen. Also mitten im Wasser. Der fliegt hier rum einfach. Hey, Megaraptor. Wollen wir den erstmal so, für den Anfang? Aber ich, ja, wir können's ausprobieren, aber ich hoffe, wir kriegen, ja, wie war das nochmal mit dem Scheiß? Ich weiß es nicht, wir können's ja ausprobieren, wir können's ja locker holen. So. Komm her, hier ist eine rot-weiße Spinne, ist hier auf jeden Fall jetzt. Ich bin jetzt in Richtung... Ja, ja, ja. Wüste, ich weiß nicht, siehst du mich vielleicht? Ah, da bist du, ich seh dich. Ja, ich muss jetzt ganz kurz schauen. Ach, damn! Ein Mikroraptor! Oh, shit! Okay, ich hab, ich hab wieder eine gekillt. Wo ist der? Ein Mikroraptor ist das? Er ist hinter dir her. Okay, okay, okay. Okay, jetzt fliegt er hier grad rum. Schnapp ihn dir, schnapp ihn dir. Er darf nicht entkommen. Ah, stimmt. Scheiße, wie war das? 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 Ja, das können wir gleich sehen. Das können wir gleich sehen. Als erstes... Will er uns? Irgendwie nicht, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich ihn treffe. Ich muss Nosecope machen. Ne, Toxic Viecher konnte man normal zähmen. Toxic Viecher ganz normal? Toxic konnte man normal zähmen, genau. Ja, dann, auf geht's. Wir müssen ihn holen. Irgendwie. Ich glaub, der hat auch schon 56.000 hatte er. Von mir jetzt. Muss ich nochmal nachladen. Ah, ich will nicht mitgenommen werden. Ich hab einmal getroffen wieder. Ich muss die Bäume hier wegmachen. Ach, alles gut, alles gut. Ich mach die Bäume hier weg. Weil der sucht sich, glaub ich, Schutz. Kann das sein? Das ist voll schön. Oh, hier ist er. Oh. Treff ich, treff ich. Nee, treff ich nicht. Oh, yes. Treffer, treffer, treffer. Alles sitzt hier, alles sitzt. Ist irgendwie voll gefährlich hier, was wir machen, ne? Oh, MC Hammer. Was machst du? Hilfe! Ich wurde gecatcht. Warte. So, lebst du noch? Ach da! Warte. Okay, war ein Caprosuchus. Oh, hast gesehen, wie er mich hatte? Ja. Ach hier, er ist drüben. Er ist drüben an der Insel. Jo, hinterher. Auf jeden Fall hinterher. Oh Gott. Überall ist ne Brutmutter, ey. Überall. Oh, er fliegt mich an. Oh Gott. Ich bin beteut, oder? Oh. Okay, hat nur ein Viertel gemacht, Gary. Er ist jetzt langsam da und... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab gerade Rauch auf mich gemacht. MC Hammer Pen fast ein. Warte, ich, äh, ich tanke, ich tanke. Schieß auf ihn. Schieß auf ihn. Machst du, machst du? Eieieieiei. Der hat mir die Rüstung ausgezogen. So, pass auf. Du musst sofort... Ich steck auf, ich steck auf. Okay, macht nichts. Okay, hab ich hier angesprochen. Los, Gary. Los, 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 los. Schieß den ab, schieß den ab. Mit deiner Alpha-Munition, ne? Ja, bin schon dabei. Wo ist er hin? Ach, dahin? Hier, vor mir, vor mir, vor mir. Er macht wieder... So, kann ich wieder schießen? Ah, ah, ah. Okay, ist das auch so bei einer Attacke? Oh, oh, er ist sehr langsam. Warum ist er so langsam? Ja, frag mich doch nicht. Warte, das ist gut, dass er so langsam ist. Nee, warte mal. Ich glaub, er ist down, oder? Nein, er hat 164.000 von... 250.000. Los, er ist fast down, Gary. Ich nehm mal kurz meine Apex-Munition, ne? Rocky! Rocky, what the fuck? So, großer. Wir wurden angegriffen von dem Käfer. Da, über Redwood. Äh. Hier, 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 hier. Okay, so, jetzt die fünf auswählen. Der müsste jetzt locker down gehen. Oh Gott, fliegt er mich an? Nee, komm zu dir, komm zu dir! Lauf! Flieg und bleib neben! Oh, Rocky, ruhig. So, jeder Schuss muss sitzen. Jeder Schuss muss sitzen. So, ich tanke kurz. Ja, 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 mach, mach. Solange er mich nicht antrifft, ist alles okay. Ich treff nicht. Ah, okay, ich hab noch mal getroffen. Ich hab noch mal getroffen. Noch einmal. Der müsste gleich down gehen. Jeden Augenblick könnte er runterfliegen. Ich hoffe es mal. So, warte. Ja, ich hab ihm den letzten Schuss gegeben. Yo! Nice! So. Ja, ist er höch. Ja, mein Toxic! Okay, bis jetzt haben wir noch nicht. Warte, ich hau Instant Kibble rein. Ja! Ja, wir können ihn sehen! Wir können ihn sehen! Wir können ihn sehen! Wir können ihn sehen! Und? Oder? Hey! Ja! Taming! Taming! Es steht Taming da! Was hast du gemacht? Ich hab Fleisch reingetan. Oh! Okay, dann hast du ein Taming cell. Ansonsten knall ich ihn so ein Reduce 50 mal Dings rein. Mach schon mal. Ich, ich, ich mach hier schon mal Dings hier rein. So! Ist! Jupp! Er ist Gary! Brauchst nichts mehr machen! Geht ruckzuck! Ruckzuck! Er hat schon 37 Prozent! Fleisch! Gut! Ach, kein Instant Kibble, Alter! Du kriegst Luxus-Essen von uns! Ja! 107.000 Energie hat er! Nice! Leute, er steht auf! Er steht auf! Yes! Jawoll! Ach, wie süß! Ach, wie süß du doch best! Hast du gesehen? Er steht wie eine Ballerina so! Süß! Der sieht voll hübsch aus! Ähm, der ist größer als MC Hammer! Ja, und das kommt auch noch dazu. Häh, komm! Ih, wie er gefrisst ist! Was machst du da? Nimmst ein Ei? Hä? Hast du gesehen? Ja! Alter, ist der geil! Guck mal! Guck dir das in seinen Bauch an! Guck mal, guck mal! Er ist zu viel verkrabbelt! Ja, sein Maul, sein Maul! Pass auf! Da, da, da! Häh! Ich glaub, dein Kiefer ist ausgerenkt, wa? Aber guck dir das mal an! Alter! Das sieht übelst geil aus, Leute! Kann das... Alter! Nice! Okay, ähm... Das mit dem Phönix hat... Äh, Phönix! Mit dem Griffin hat nicht geklappt! Ähm... Ich glaub, das hätten wir auch gar nicht geschafft, weil... Wir können ihn so reiten! Okay, wir hätten es schon geschafft! Aber wir müssen uns vorbereiten richtig darauf! Wir müssen ihn wieder festhängen! Und Celestia, T-Rex, in der nächsten Folge könnten wir mit dem Megaraptor ausprobieren! Vielleicht besorgen wir der Gary auch noch einen! Ja, ja, ist ruhig, ist ruhig! Ist geil! Können wir den schon reiten? Wir können ihn reiten! Okay, zeigen wir in der nächsten Folge! Wie geil ist das denn? Na, Leute, auf jeden Fall war's jetzt erstmal wieder von der weiteren Folge ARC! Wenn euch der Megaraptor und die Folge gefallen hat, dann lasst doch auf jeden Fall einen Kommi oder Like da! Also, bis zum nächsten Mal! Juhuuu! 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 Juhuuu!